Mitte Juni 2014 machte ich in Berlin am Potsdamer Platz meine ersten Videoaufnahmen in 4K mit meiner damals brandneuen Videocamp Sony AX100. Dorthin war ich gefahren, weil ich zu einem Foristentreffen bei Sony eingeladen war. Uns wurden dort die neuen 4K Beamer VW 500 und VW 1100 vorgestellt und mit Full-HD Beamern von Sony verglichen. Dabei durften wir auch einen Blick in das Innere der Geräte werfen. Damals waren 4K Inhalte noch rar, also haben wir auch ein paar meiner Aufnahmen projiziert. Ich habe dann versprochen, dass ich daraus ein Video mache. Dies wurde Ende Juni hochgeladen und war der Beginn meiner aktiven Zeit mit diesem YouTube-Kanal. Vor gut einem Jahr habe ich mein 100. Video hochgeladen. Das sollte etwas Besonderes sein. Darum habe ich dafür den Trailer 1 zur Weltreise ausgewählt, die wir zu Beginn des letzten Jahres gemacht haben. Dies ist heute noch das Startvideo meines Kanals. Jetzt stand wieder ein Jubiläum an. Nett, ihr Danke zu sagen. Naja, da bin ich auf die hoffentlich glorreiche Idee gekommen, auf meine alten Tage noch eine Beugruhe zu bringen. Und wir wollen unseren Frauen heute mal ein Städtchen bringen. Und das soll gleichzeitig ein Dankeschön sein. Und das soll gleichzeitig ein Dankeschön sein. Nein, das meinte ich nicht. Aber ganz herzlich danken möchte ich schon, nämlich euch für 500 Abos auf meinem Kanal. Während ich noch darüber nachdachte, wie ich das am besten mache, kam diese Mail von YouTube. Die beigefügte Animation finde ich so nett, dass ich sie gern an euch weitergeben möchte. Falls ihr euch eins der drei hier benutzten Videos ganz ansehen wollt, dann geht das natürlich über den Reiter Videos. Die Suche kann aber bei über 100 Videos etwas länger dauern. Schneller geht es meistens, wenn man direkt den Namen eingibt bei der Suchfunktion. Oberhalb der Suchfunktion befindet sich eine Glocke. Wenn man die nach einem Abo anklickt, erhält man eine Mitteilung, wenn es ein neues Video gibt. Hallo, zum Schluss möchte ich mich ganz persönlich bei euch nochmal bedanken für die 500 Abos. Und weil ich ja Abonnenten aus vielen Ländern habe, mache ich das gerne auch international. So. Thank you very much for subscribing. Merci beaucoup. Muchas gracias. Tante grazie. Obrigado. Spasiva. Shukran. Salamat. Cenkuje. Te... 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 Untertitelung. BR 2018